guten morgen ihr lieben ich begrüße euch zur siebten folge meines strick podcast quick strick mein name ist kirstin und hier geht es in den nächsten minuten rund um das thema stricken das heißt ich zeige euch heute ein fertiges projekt ich zeige euch drei projekte die ich auf den nadeln habe und ich möchte euch heute ein buch vorstellen was mich ganz doll begeistert hat und wo ich denke das ist definitiv vorstellenswert heute ist muttertag es ist 8 uhr ja ich bin ganz früh aufgestanden aber das stehe ich eigentlich immer mit den kindern das ist ja nun mal leider so und dachte mir ja ich will wir kriegen nachher noch branch gäste und bevor das heute abend zu stressig wird und ich so müde und kaputt bin vom tag lehme ich lieber früh auf und ja der frühe vogel fängt den wurm oder wie sagt man so schön also wollen wir direkt starten auf geht's und ja so fangen wir an mit den fertigen projekten da zeige ich euch heute was damit rechnet ihr jetzt gar nicht also die die mir auf instagram folgen sicher die wissen dass da habe ich das schon gezeigt aber für euch die nur den podcast schauen ihr denkt jetzt so haja wird sie bestimmt im brio zeigt macht sie nicht sondern ich zeige euch heute das soll deutscher kopf von caitlin hunter schaut mal das habe ich nämlich angeschlagen am ersten mai mit meinen lieben strick podcaster kolleginnen vom hohen loher wolf fest die mit denen ich mich ja dort getroffen hatte und zwar der anike von perle knit der annika von knitting cats and unicorn und der michelle von den knitting schloss wir hatten da ja irgendwie echt einen ganz tollen tag zusammen und daraufhin ist dann spontan vor ort die idee entstanden dass wir uns alle gemeinsam dieses top stricken und haben uns spontan alle gemeinsam die wolle gekauft bei die badu und ja und so ist das dann entstanden und dann hatten wir gesagt ja das passt perfekt weil die michelle macht zusammen mit der nora von cat and white podcast gerade einen sommer karl bereit für den sommer karl heißt es ich blende euch das hier unten sicherlich gerade ein und da kann man eben sommer top stricken und das ging am ersten mai los und dann haben wir gesagt ja perfekt da schließen wir uns dann an weil das ist ja auch perfekt für den sommer dieses top das soll dort nach kopf von caitlin hunter eine englische kaufanleitung über wöbel wie und ja ich bin super happy damit also ich finde es ist wirklich mega mega schön rausgekommen ich hatte ursprünglich muss ich dazu sagen vier andere fahr also eine andere farbe geplant dann am ersten mal ich habe die stränge gewickelt und wollte anschlagen und auf einmal habe ich festgestellt habe mir die anhaltung gekauft und festgestellt und nein wir kommen gar nicht hin oder ich komme gar nicht hin mit dem strang das war ein bisschen schade da musste ich kurzfristig ein bisschen umdisponieren hatte aber das glück dass ich zwei wochen zuvor ja in leipzig bei die badu auch wolle gekauft habe das heißt ich konnte in der gleichen qualität das ist die fifties jetzt muss ich mal schauen ich habe extra das schildchen hier parat gelegt so sieht das aus das ist das schildchen von die badu und das sind die fifties fifties twisted merino diese sind nur 50 gramm stränge und die haben auf eine lauflänge von 175 meter auf 50 gramm und davon hatte ich mir im zwei genommen glücklicherweise muss man jetzt ja sagen für den geplanten tusha ja und der diese zwei stränge das ist hier die fahr ist dieser helle schöne apriko ton der eben im körper drin steckt jetzt der ist jetzt da reingewandert und ich bin so glücklich damit ich finde wirklich die farb kommie schreit nach frühling ich freue mich ich habe schon angehabt es sieht so schön aus angezogen also ich werde wollte ich euch nur mal jetzt in die kammer richtig zeigen und ich werde auch gleich anziehen zum branchen weil es ist wirklich richtig also ich bin ganz begeistert davon das war aber nicht die ganze zeit über so denn als ich angeschlagen hatte und ungefähr bei der hälfte des files war war für mich so ein bisschen dass ich fand dass dieses grau mit dem blau sich zu wenig absetzt da hatte ich ein bisschen bedenken zumal dieses helle blau sehr changierend ist ihr seht das ich zeige euch das mal das ist eben wirklich nicht es ist schon auch viel gelb denn auch mal ins apriko gehende mal ins rötliche gehende also es ist sehr changierend was was mega aussieht aber in dem fall mit dem mit dem colorwork teil hatte ich angst dass es zu wenig sich abhebt und dann habe ich kurzfristig weil ich wirklich so verunsichert war und ich habe es noch nie vorher gemacht habe ich dachte ich frage euch mal und habe dann bei instagram mal nachgefragt und bitte helft mir doch was sagt ihr weiter stricken oder ribbeln und habe das sowohl im post gemacht als auch in der insta story und ich muss sagen danke für jeden ihr habt so zahlreich kommentiert und auch so zügig also innerhalb von einer stunde hatte ich ein super meinungsbild und ich muss sagen also nachher bei der insta story am ende habe ich 140 leute oder so mitgemacht und davon waren tatsächlich nur vier daumen nach unten und alle anderen haben gesagt strick weiter und als ich das dann so gelesen habt so die ersten 20 kommentare eintrudelten habe ich dann gemerkt okay ich stricke es wirklich erst mal weiter und dann als ich den pfeil auch fertig hatte habe ich dann gesehen dass nein das ist auch gut so das kommt super gut so jetzt hört er den klein der trampelt und schreit der ist ja gerade in seiner trotzphase zwei jahre ihr könnt euch zweieinhalb jahre könnt euch das vorstellen da geht gerade einiges bei uns und voll also das ganze paket ne also mit wir schmeißen uns hin und wir trampeln und wir schlagen um uns und naja so und dann habe ich war habe ich dann halt auch gemerkt relativ schnell nein es sieht es sieht doch schön aus und spätestens als ich diesen apricot teil angefangen habe muss ich sagen fand ich dass es dann wirklich auch recht harmonisch wirkt es passt eben auch zu mir dass das nicht so mega knallt also das ist vielleicht auch so ne hat zu anderen passt also annika hat sich das so mega schönen so wirklich so knalle farben gestrickt die ist auch schon fertig auch in dieser länge und da knallt das viel mehr als bei mir und das passt halt zu ihr perfekt und die michelle ist auch schon fertig die hat das in ihrem podcast jetzt sogar schon angehabt die das um einiges kürzer gestrickt als ich also wirklich so gequoppt das ist bei ihr glaube ich würde ich gefühlt sagen nur so lang die hälfte von meinem körperteil das steht auch in der anleitung so drin bewusst drinnen sie sagt wie oft sie die wiederholungen macht und sagt dann hat aber ihr könnt euch das natürlich beliebig anpassen und michelle hatte das zu seinem kleid an und da sah das perfekt aus in dieser länge sah so schön aus michelle du sagst gestern ich habe wirklich ich habe gestrahlt als ich dich gesehen habe weil es so schön aussah und ja und ich fand so dass bei mir ich wusste aber naja ich suche solche kleider besitze ich gar nicht so die sonne form haben von daher ja ich möchte es zu einer high waist jeans anziehen und bei einer high waist jeans muss es eben dann doch ein bisschen länger sein weil machen wir uns mal nichts vor nach drei kindern die zeiten wo ich mit fast 40 bau frei tragen kann die wird halt auch schon etwas länger vorbei naja und von daher ja und es ist dann noch mal nach dem waschen so gute drei vier zentimeter gewachsen und jetzt ist es genau perfekt von der länge her das hatte ich mir eben auch erhofft und das war dann auch so ja das wird von oben nach unten top down gestrickt das ganze ich habe das mit nadelstärke 4 gestrickt damit ich auf eine relativ nicht ganz so weit entfernte maschenprobe gekommen bin und ich finde vom strickbild her ist das wirklich schön also das muss und finde ich muss ich dazu sagen geändert habe ich in der anleitung eigentlich nur zwei sachen und zwar habe ich hier einmal das sieht man jetzt eigentlich gar nicht so stark der streifen und der streifen ist auch schon apriko das ist bei ihr alles in diesem jetzt was bei mir jetzt halt jetzt hier blau wäre eigentlich aber da habe ich gedacht nee da möchte ich schon dass das apriko einmal wenigstens ein bisschen raus leuchtet und ich habe diese pünktchen verändert also diese pünktchen die man hier unten ein strickt die strickt sie eigentlich ein in dem rhythmus mit einer reihe apriko und dann sind eben dieses doppelte pünktchen das habe ich von vornherein mit zwei reihen gemacht und habe dann mich dazu entschieden nach fünf reihen das langsam auslaufen zu lassen und den abstand zu vergrößern und ich muss ehrlich sagen das sieht sehr sehr schön aus also das gefällt mir super das weil ich zeige es euch noch mal ganz in die kammern könnt ihr das sehen es nimmt es also man es nimmt den top nichts irgendwie und es ist nicht ganz so gepunktet und ja also das gefällt mir persönlich wirklich ganz schön ich muss ich habe es bei einigen ich hatte wirklich überlegt die komplett raus zu lassen diese pünktchen fand ich aber an mancher stelle ich habe das bei einigen gesehen wo ich gedacht habe aber da ist der unterbruch dann aber auch wieder so stark hier oben dieses viele color work und dann so ganz schlicht weiß ich nicht hätte ich machen können tatsächlich nachhinein weil die wolle an sich ja auch schon so gespeckelt ist es wäre glaube ich schön gekommen aber so mit diesen auslaufenden pünktchen bin ich jetzt auch happy und dann habe ich hier unten noch mal so eine color work hier mit 22 über drei reihen gemacht das habe ich aber auch bei einigen vorher gesehen das war jetzt nicht meine idee ja was ist noch zu der anleitung zu sagen ich zeige euch die mal von innen vielleicht dann könnt ihr könnt ihr das mal von innen sehen hier mit den spannfäden wie gleichmäßig das auch geworden ist also wie echt stolz drauf ist ja auch erst mein vierter color work pullover ne also das muss man mal dazu sagen deswegen ich kriege immer wieder zuschriften von euch ihr lieben und ihr fragt mich ja ich würde das auch so gerne können macht einfach macht wirklich also ich meine ich habe mit dem zweig angefangen da ist ja nur ganz wenig color work drin ist auch mit anleitung ja von kate den hunter dann habe ich ein paar socken angefangen die socken sind noch gar nicht fertig die liegen mittlerweile auch unangetastet im schrank ich glaube die werde ich rippeln weil die sehr eng geworden sind das so da habe ich das wie geübt so ein bisschen muss ich echt sagen da habe ich so den dreh raus gekriegt wie man auch mit glatter wolle so schön sich das ineinander verhakt und dann habe ich beim serious sweater die color work passe gehabt und jetzt ist es tatsächlich schon so bei dem gewesen den habe ich vom fernseher gestrickt also wenn man das dann einmal irgendwie raus hat und diese fadenspannung raus hat dann ist das ist das kein hexenwerk und man kann es eben nur das ist so ein learning by doing ding also das ist nicht so man macht es und man kann das sofort sondern das muss man sich so ein bisschen ausprobieren da gibt es ja verschiedene techniken das findet man alles bei youtube diese verschiedenen techniken guckt euch die an probiert es aus also es gibt ja auch welche die die fäden auf zwei händen lang führen ist für mich persönlich nichts habe ich probiert das kann damit komme ich gar nicht zurecht von daher ich lasse die beide über einen finger laufen sie mir aber den faden bei dem einen der jetzt also der die hauptfarbe da geht er hier zwischen zeigefinger und mittelfinger lang und beim zweiten läuft er zwar auch über dem zeigefinger weiter vorn aber der faden verläuft zwischen mittelfinger und ringfinger und dadurch verheddert sich dann auch nichts und ich konnte rundenweise durchstrecken ohne abzusetzen war auch anders am anfang also am anfang habe ich bei dem serious noch habe ich teilweise 20 maschen und dann musste ich wieder neu aufwickeln den faden also das ist eben wirklich eine lernsache die man nur wirklich sich beibringen kann wenn man es versucht also von daher versucht es einfach was soll schon passieren wichtig ist dass ihr nicht zu fest zieht und die fehlen eben schön locker lasst lieber zu locker als zu fest weil zu fest zieht sich dann zusammen und dann sieht das nicht aus also das ist so der einzige tipp den ich euch noch wirklich mit dazu geben kann aber probiert echt habt keine angst ihr seht auch ich habe das super jetzt mittlerweile hingekriegt oder habe da auch gar keine angst mehr vor und jetzt gehört colorwork genauso dazu wie alle anderen stricktechniken auch ja so dann wollte ich euch noch darauf hinweisen in dem fall dass die capelin hunter schon wieder eine neue anleitung rausgebracht hat und wieder so schön die haut aber auch immer ich finde oh mein gott ich bin noch am überlegen das eine top zu stricken und dann da haut sich schon wieder eine neue raus und man denkt oh das brauche ich auch also unglaublich finde ich die hat gerade die wirklich ein tolles zeit also jetzt modernes gespür für design was gerade auch so in ist was schon auch speziell ist was man nicht im laden zu kaufen kriegt das ist ja auch das besondere eben an den selbst gestrickten sachen aber trotzdem halt so ein hingucker ist also es echt toll ja und die hat auf jeden fall was ich euch eigentlich sagen wollte die hat ein neues design rausgebracht und was habe ich mir aufgeschrieben heißt ja naveli das ist ein top und im zuge dieses tops haut sie gerade 30 prozent bis zum 18 mai raus auf ihre drei top anleitung die sie zusammenfasst unter niteli und zwar gehört da der tegner dazu und der maritimo und ich weiß einige von euch überlegen ja noch in den bereit für den sommerkarl von michael und nora mit einzusteigen der ja gerade läuft und von daher ja wenn ihr das vor habt macht das also kauft euch jetzt die anleitung da spart da 30 prozent drauf das wollte ich euch noch schnell mitgeben so und dann noch ganz abschließend wollte ich sagen wir haben den ich habe das top ja nicht in die k-rate gestrickt sondern in fingering rate und zwar mit der die badu wolle letzten endes jetzt in den farben regentag das ist das grau jetzt muss ich mal gucken ich habe mir das extra so ein bisschen raus geholt weil die farben nahm jetzt nicht irgendwo so schlüssig für mich sind dann dieses lila farbene ist tee rose da hat so ein 50er strang auch locker gereicht wer das vielleicht auch nachstrecken möchte in diesen die badu größen und nicht in die k weil in die k für den sommer geht aber in fingering kann man das ja wirklich auch jetzt schön im sommer anziehen das blau ist eine tasse tee und jetzt muss ich noch das letzte schauen und das helle also dieses dieses apricot dieser helle apricot ton ist marshmallow die farbe marshmallow ja und für alle die mich jetzt da wurde ich auch gefragt wie ich das dann gemacht habe dass wir von dass ich von die k ob das so kompliziert ist mit dem umrechnen also ich kann euch jetzt keine allgemeingültige formel dazu sagen ich kann euch aber sagen wie ich das mache und das ist keine hexenwerk und das ist so einfach also wenn ihr euch dafür entscheidet wenn ihr die masche mit der maschenprobe hinkommen würde so also die maschenprobe bei ihr sind 22 maschen auf 10 cm und ich hätte mir größe m eigentlich gestrickt von meinem brustumfang her und dann habe ich jetzt eine maschenprobe erhalten von 24 maschen auf 10 cm dann mache ich das einfach so dass ich sage ich nehme die angeschlagenen maschen also den für den für den maschenanschlag was sie angibt und teile die wenn er zum beispiel bei 100 maschen liegt also in größe m würde ich 100 maschen anschlagen um für den halsausschnitt dann teile ich diese 100 maschen durch die 22 die sie hat das ergibt ein faktor x und den nehme ich wiederum mal den anzahl der maschen die ich auf meine 10 cm habe also in dem fall die 24 und dann erhalte ich keine ahnung ich habe es jetzt nicht ausgerechnet meinetwegen 112 maschen anstatt 100 maschen und dann gucke ich 112 welche größe wäre das und das war jetzt bei mir dann tatsächlich größe xl also habe ich das ding in größe xl gestrickt also in größe xl und es ist eben jetzt wie so eine m rausgekommen und man kommt also ich bin persönlich gut hingekommen mit der höhe dass das mit dem ärmel gepasst hat wenn man natürlich eine ganz also man kann natürlich sonst zur not einfach hier unten wo man die stärmel bevor man die ärmel still liegt man merkt das wird ein bisschen eng dann kann man ja noch drei vier reihen zu stricken das sieht nachher kein mensch glaubt mir das also das ist überhaupt kein hexenberg von daher in fingering rate das umzurechnen ist ganz ganz einfach falls es jetzt nicht verständlich verschreibt mich doch noch mal an ich kann euch das noch mal genauer erklären das ist überhaupt kein thema so und dann als letztes möchte ich noch dazu sagen das wurde ich auch gefragt von einer zuschauerin über werry einige haben das problem und das habe ich auch gesehen dass dieser kragen hier hinten der ist ja steht ja recht hoch den strickt man eben in verkürzten reihen für die bessere passform dass der dann wie bei manchen also ich kann mal so zeigen der steht denn hier wie so hoch also und das soll ja nicht also der soll ja jetzt so liegen wie mein t-shirt im endeffekt ist bei mir nicht der fall ich habe schon gesagt ganz genau weiß ich nicht was was da los ist was bei mir auch ist es ist minim und es ist auch jetzt entschuldigung es ist auch jetzt nach dem waschen noch mal raus gegangen seht ihr das es ist ein kleiner kleiner knick drin das ist natürlich dem geschuldet dass man hier normal strickt und hier mit dem color work anfängt und natürlich sich die maschen etwas mehr zusammenziehen das ist auch ganz natürlich ja weiß ich nicht vielleicht kann man das umgeben indem man eine nadelstärke runter geht kann ich mir vorstellen und dann für den color work eine nadelstärke hoch geht manche stricken das in der nummer größer und wechseln dann im color work auf ihre eigene größe runter kann ich euch aber also ich habe das problem wie gesagt einfach nicht deswegen kann ich da wie nichts zu sagen wie man das vermeiden kann so ja also das soll deutner crop von caitlin hunter das ziehe ich jetzt gleich an zum branchen ich kann es kaum erwarten weil ich es wirklich gerne trage ja freue ich mich sehr dass das so schön rausgekommen ist und dann eben auch noch mit dem gedanken dass es eben dieses erinnerungsprojekt ist an hohen lohe das ist ja eben noch das schöne und gleichzeitig bereit für den sommerkarl von michelle und nora also da ja das ist echt klasse gut das war's mit den fertigen objekten ja dann möchte ich euch als nächstes gerne zeigen was ich auf den nadeln habe zwei projekte die werde ich recht schnell abhandeln die habe ich euch das letzte mal schon die kamera gezeigt und da ist jetzt nicht so viel passiert also starten wir mal mit den work in progress und zwar zum einen sind das die small fall sox eine kostenpflichtige anleitung auf deutsch von christiane burkhardt alias lisminitz die hatte ich angeschlagen im rahmen eines karls den sie im april veranstaltet hat jetzt haben wir fast mit dem bein ich bin noch nicht so weit voran also schaut das war es bisher also ich habe jetzt die die ferse fertig und bin jetzt am am schaft und ja das ist eben ich hatte jetzt einfach so viele andere schöne projekte irgendwie auf den nadeln da hat sich das wie nicht ergeben dass ich da jetzt großartig weiter dran stecke obwohl ich dieses muster mega toll finde ich freue mich schon wenn 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 ich die fertig habe also das weiß ich schon das wird ganz toll das sind die small fall socks das letzte mal war ich glaube ich habe die fersen leppen schon runter gehabt also es ist wirklich nicht viel passiert aber schaut ich zeige euch noch mal jetzt kann man noch mal ein bisschen besser sehen wie schön wenn sich das muster rauskommt das möchte ich euch noch mal zeigen guck mal mega also das finde ich richtig toll das dehnt sich dann ja nicht ganz so doll die löcher reißen ja nicht ganz so doll auf ne also es ist jetzt natürlich auch mein 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 meiner hand geschuldet würde näher so sein das finde ich voll schön mich stört das auch nicht dass die löcher hier so groß sind das finde ich nicht ist bei socken sind ja eh so laced socks das macht da keinen keinen unterschied für mich oder macht nichts aus die wolle ist die merino high twist socks von christiane auch also von lisminitz ja die strickt sich super also da freue ich mich immer wenn ich dazu komme da wieder weiter zu stricken ja ich war halt auch ich muss dazu sagen wir waren eben auch tatsächlich oh gott ihr könnt euch das nicht vorstellen die letzten zwei wochen ans haus gefesselt wegen den windpocken ich hatte euch das ja erzählt dass unsere ferienpläne gecancelt wurden und mein erster sohn das hatte und genau auf den tag zwei wochen später minus zwei tage also genau da wo man gemerkt wo er das ansteckend nach hause brachte hat es bei den anderen beiden losgegangen und die hat so schlimm erwischt oh mein gott also es war die hölle es war es war wirklich die hölle bei uns also der große hatte einfach unglaublich viele hunderte und das meine ich ganz im ernst nicht zählbar ich hatte so eine tinktur vom arzt die hätte man auf punkten müssen ging nicht also ich musste dann habe dann so einen schaum gekauft den man so quer über den ganzen körper einreiben kann ja wäre nicht gegangen also das war so ja und der hatte dann auch drei tage über 39 fieber und lag nur noch auf dem sofa und da ging gar nichts und der kleine der waren jetzt war nicht so schlimm also von der anzahl her aber dafür anstellen ihr könnt euch das nicht vorstellen also das arme kind der hat auch einen tag hat der nur weinverschmerzt also der den ganzen tag saß der auf meinem arm und hat immer nur gerufen mama aber hilf mir und ihr könnt als mutter wenn man seinem kind so leiden sieht man kann ihm nicht helfen und es hat auch nichts also keine schmerzmittel nichts ich konnte durfte ihn auch wie wenn ich den umarmt habe musste ich immer aufpassen sich nicht zu fest irgendwo drauf kommen auf diese gefüllten blasen es war die hölle wirklich der hatte welche auf dem augenlid im mund ganz viele an den händen innenflächen der konnte seine gabel gar nicht halten der konnte nichts essen im ohr hatte der welche am geschlecht unten im po also in der po spalte wirklich die hölle also ja von daher war ich halt auch nicht unterwegs ich war nur ans haus gefesselt und wir haben ganz schnell bin ich einkaufen gefahren wieder zurück weil die kinder dann eben auch man die brauchen aber mein mann hatte zwar auch frei aber es ist dann so wenn die krank sind brauchen die man das ist einfach so naja ja kurzer exkurs krankheitsexkurs naja so deswegen aber dass die klinge warum da so wenig gelaufen ist so dann habe ich weiter gestrickt am briok und zwar ist da schon einiges wieder passiert da hoffe ich ja drauf dass das mein nächstes fertiges projekt ist was ich euch denn in zwei wochen in die kamera halten kann mal schauen und zwar ist das für alle dies noch nicht gesehen haben und heute neu eingeschaltet haben das ist der briok cardigan eine kauf anleitung von matilda kruse so sieht er aus ein cardigan der top down gestrickt wird na haben wir es denn jetzt langsam irgendwo steckt noch eine nadel nicht irgendwo stecken da ein cardigan der top down gestrickt wird und dann gesteakt wird also hier strickt man danach dem brioche teil strickt man dann in runden und machten es die kante und das wird dann gesteakt und da habe ich schon tatsächlich jetzt den körper fertig ihr seht hier und ich habe den ersten ärmel fast fertig was für mich als auch da sind maschen runtergefallen verdammt da muss ich gleich mal gucken muss ich vorsichtig weg legen mache ich nachher in ruhe ja also wahnsinn ne schon fast den ärmel fertig da bin ich total happy mit und wenn das soll dort nicht dazwischen gekommen wäre und mir das dann eben auch so viel spaß gemacht hat ich konnte das nicht weglegen hätte ich den jetzt glaube ich auch schon fertig gehabt also den möchte ich unbedingt auch fertig kriegen weil ich mich kaum erwarten kann den anzuziehen und auch zu steaken also das ist ja dann auch was habe ich ja auch noch nie gemacht ich habe ja letztes mal im video gesagt dass ich das mit der nähmaschine vorhabe zu machen weil es auch so eine anleitung drin steht jetzt hat mich jemand auf instagram dass die nennt sich bald geflüster ich hoffe ich durfte den namen jetzt so sagen hat mich angeschrieben und hat mir gesagt mensch ob du das wirklich machen möchtest weil ich habe das auch mal gemacht und die quintessenz war es ist nicht so gebe ich gucke also so nachgiebig geworden und letzten endes hat sich das gewählt das wäre ja super ärgerlich und sie meinte man umgeht das wenn man das häkelt ich werde es demnach jetzt häkeln also vielen dank nochmal für den für den hinweis da bin ich natürlich sehr froh drum weil ich hätte es jetzt wirklich mit der nähmaschine und einem großen zickzack strich wie sie es erklärt einfach runter genäht aber macht natürlich auch sinn weil klar da gibt dann ja auch weniger nach als als wenn man sagt man häkelt das also von daher bin ich da froh um den tipp und werde das dann auch tatsächlich jetzt häkeln zumal ich häkel ja gerne also mich stört das überhaupt nicht eine häkelkante da rein zu hauen so ja das ist der briob cardigan ihr seht also da schon einiges passiert den werde ich euch hoffentlich dann nächstes mal zeigen so fertig zeigen dann jetzt muss ich vorsichtig ablegen ich bin hier irgendwie so eine wackelpartie so und dann habe ich noch was ganz neues angeschlagen ich habe noch nicht genug auf den nadeln nein aber das war ich hatte mich schock verliebt ich sag's euch also wirklich habe das gesehen und dachte nein das muss ich sofort anstrecken unglaublich also weil ich so lust drauf hatte einfach die die werde es gleich sehen diese leise passe anzuschlagen und zwar ist es das neu ist das eine neue anleitung von astrid müller namens linny als ein sweater ich werde mir aber als sommer top stricken und ja ich blende euch jetzt mal ein bild an könnt ihr das sehen wovon ich spreche schock verliebt sage ich und wisst ihr wie ich drauf gekommen bin ich kannte nämlich ehrlicher halber astrid müller vorher gar nicht also liebe astrid verzeih mir wenn ich das jetzt so sage aber vor leipzig oder den leipzig podcast den reviews dazu warst du mir leider gar keinen begriff und erst als dann alle podcaster kolleginnen voller begeisterung erzählt haben wie stolz sie sind dass sie dich getroffen haben und ihre fangirl momente hatten da ich gedacht oh die muss ich mir doch mal anschauen und dann hast du jetzt diese anleitung rausgebracht waren sind also so schön ich habe mich echt schock verliebt und zwar kennt ihr diese funktion auf wöbel wie wenn man das dass der das einem persönliche pattern vorschläge gemacht werden für die die es nicht kennen mag ich kurz einmal erklären und zwar wenn man wöbel wie öffnet hat man ja diese frontseite wo dieser blog immer erscheint und wenn man dann oben sich die reite anschaut gibt es eben einen reiter der nennt sich patterns geht doch mal auf diesen patterns reiter da habt ihr dann die einmal auf der einen seite sind denn da sind verschiedene kategorien und eine eine kategorie ist zum beispiel die top ten die am meisten geliked wurde glaube ich in den letzten 24 stunden oder sowas also zum beispiel so und unter anderem hat aber wie auch die funktion das ist ein bisschen weiter unten bei mir jetzt zumindest hat entschuldigung hat auch die funktion dass sie dort an die besten anleitungen für ein selbst vorschlagen das heißt wir besitzt ein algorithmus der anhand dessen was man so gestrickt hat was man so leicht und welche designer man gut findet also pattern highlights pro tag erstellt und zwar alles was neu rauskommt von unbekannt bis ganz bekannt also da sind alle möglichen designer vertreten maximal fünf glaube ich sind es bei mir minimum ist immer eins pro tag und da kann man und das ist immer so für eine woche und da kann man das ganz wunderbar schauen und und bekommt so ein bisschen neuen strick input was gerade neu rausgekommen ist auf markt und ja und eben der algorithmus trifft schon relativ häufig mein geschmack muss ich dazu sagen und der hat mir linie gezeigt der hat mir die anleitung gezeigt und ich dachte so also schockverliebt ja dann habe ich mir die anleitung direkt gekauft weil ich dann gesehen habe sie dass die astrid das mit einem strangen wollmeise laces strickt plus einen dünnen leinen faden und dann ist mir eingefallen ich habe mir doch in leipzig noch so ein bisschen projektlos die wo habe ich jetzt das schild entschuldigt bitte na das ist bestimmt runtergefallen was sage ich jetzt musste ich einmal abtauchen entschuldigung so hier bin ich wieder und zwar habe ich mir doch in leipzig die mo das mominoki jahren gekauft in einer ganz ganz tollen zusammensetzung und zwar 60 prozent wolle 20 prozent seide und 20 prozent rami rami ist eine asiatische faser pflanzenfaser die vergleichbar ist mit unserer deutschen brennnessel und das gibt der wolle so eine besondere griffigkeit die dem leinen irgendwie schon ähnlich kommt finde ich von der haptik her also perfekt und mit 425 meter auf 100 gramm ich habe mir zwei stränge gekauft reicht das eben auch aus um so einen top zu machen also habe ich direkt anschlagen können ja das war das war wirklich so ich zeige es euch jetzt mal schaut doch mal so sieht das ganze bisher aus ich bin noch nicht so weit ich wollte halt das soll dort nach oben unbedingt fertig machen aber ich drehe es mal anders und dann kann man vielleicht das mit den bobbels ein bisschen schöner sehen die da so na stelle scharf stelle scharf jetzt hat das jetzt hat das da seht ihr das oh wunderschön wunder wunderschön ist auch so ein bisschen oversize ich geschnitten ist eben als wie gesagt als wetter konzipiert oversize ich geschnitten und dann hat das so ganz enger liegende ärmel ich muss mal schauen wie das mit dem top hinkommt also ob ich dann ob ich das auch so ganz so oversize ich würde ich das vielleicht nicht machen wie sie das hat aber ich das sehe ich dann das sehe ich wenn ich den lace part fertig habe und dann kann ich das abschätzen ob ich wie weit ich da noch zunehme oder ob ich dann einfach anfangen recht gerade runter zu stricken die anleitung ja die anleitung gibt es eben auf deutsch und ja ich habe dann hochmotiviert angeschlagen und angefangen und dann hat hatte ich ich kann euch das nicht vorstellen ein denkfehler also wie ein anfänger unglaublich unglaublich und zwar dass der lace part ist im chart so und dann soll man eben in der ersten reihe einfach eine masche zwischen den querfäden heraus stricken ganz logisch ist anfänger also anfänger gedönst ne und ich dann so ja alles klar und dann bin ich da und denkst du hä und dann habe ich immer die masche gestrickt und dann noch eine zugenommen und denkst du hä ja weil es deutsch war ich sag's euch ich habe das nicht verstanden weil es auf deutsch beschrieben war wäre es auf englisch gewesen wäre mir das ganz klar gewesen glaube ich aber auf deutsch ich bin es eben nicht gewohnt deutsche anleitung zu schicken es fällt mir tatsächlich schwer das immer dann manchmal so zu verstehen was damit gemeint ist und habe es nicht verstanden dadurch dass ich dann das nicht verstanden habe habe ich quasi pro mustersatz eine masche zu viel aufgenommen dann kam ich nicht hin dann waren irgendwie drei maschen zu viel auf dem gestrickt das kann doch nicht wahr sein und spätestens in der zweiten reihe ist mir dann aufgefallen ja aber jetzt habe ich doch eine masche zu viel jetzt kommt das doch gar nicht mehr hin mit den umschlägen und so dann habe ich kurzerhand habe ich auch also muss ich sagen noch nicht so oft gemacht aber habe kurzerhand gedacht ich schreibe die astrid einfach mal an und frage mal freundlich nach ob sie mir helfen kann und habe ihr das geschrieben und sie hat mir astrid vielen lieben dank nochmal an dieser stelle ich weiß du schaust mein podcast deswegen kann ich dich jetzt direkt ansprechen innerhalb von einer stunde geantwortet also so super schneller support und ich lese mir die antwort so durch und habe es immer noch nicht verstanden und während ich ihr antworten wollte hat es auf einmal klick gemacht und ich dachte ich nein wie peinlich also wirklich also sowas wegen sowas nachzufragen und ihr die zeit zu klauen um gottes willen also lieber also vielen dank nochmal dass du mir so schnell geholfen hast und entschuldige bitte dass ich dich überhaupt mit sowas belästigt habe aber manchmal steht man ja auch einfach auf den schlauch ja jetzt ganz logisch es kam alles hin ich habe geribbelt ich habe nochmal das angefangen und es sieht so schön aus sieht wirklich schön aus also es ist ganz ganz toll und es strickt sich ganz toll ja also die anleitung ist sehr sehr ausführlich jemand der es ist glaube ich eine sehr schöne anfänger taugliche anleitung zumal die astrid einem wirklich an die hand nimmt und maschen die man noch nicht so kennt vielleicht zum beispiel doppelmaschen auch noch mit bildern am anfang erklärt also das habe ich auch selten erlebt dass das sowas noch mit integriert ist das einzige was mir persönlich jetzt nicht gefällt ist und das ist aber eine ist eine persönliche sache und zwar ist es so man weiß das auch es gibt es ist als sie schreibt es in der beschreibung bei worry rein es gibt keine festen größen sondern man muss sich das kann sich das anpassen anhand seiner maschenprobe und anhand seiner maße das heißt man 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 liest sich die anleitung durch und man muss dann schon mal zwei maschenproben stricken zwei und dann auch noch zwei und zwar einmal fürs bündchen einmal fürs glatt rechts nee also ich die keine maschenproben sowieso hast zu stricken also das ist dann schon so ein ja geht so und dann ist es so dass sie anhand dieser maschenprobe soll man dann sich das alles errechnen jetzt muss ich ehrlich gestehen bei einer kaufanleitung nee da möchte ich nicht mehr rechnen dann möchte ich dass das jemand für mich gerechnet hat also astrid ich hoffe du verstehst das nicht falsch ich bin ja immer sehr ehrlich und ich möchte auch in dem fall ehrlich sein auch wenn unser kontakt jetzt so nett war möchte ich das einfach irgendwie so sagen wie ich das empfinde aber bitte bitte nicht falsch verstehen weil trotzdem die anleitung ist toll bisher also das möchte ich klar dazu sagen ich habe es mir dann auch einfach gemacht und habe einfach genauso wie astrid gestrickt also habe einfach gesagt ja ich stricke jetzt die größe und wenn nicht es passt sich ja durch den raglan sowieso an es ist ein raglan also ein spezieller raglan aber es bleibt raglan das kann man sich dann anpassen da muss man ja auch gar nicht so viel dran rum ändern ihr gedanke dabei ist das erklärt sie glaube ich auch ist der halsausschnitt ist 70 zentimeter das ist natürlich sehr sehr viel und für jemanden der das nicht mag der kann sich das dann eben enger machen der kann sich das dann alles errechnen und enger und an seine figur anpassen der gedanke ist super aber wenn ich mir geld dafür ausgebe dann möchte ich das nicht mehr errechnen möchte möchte ich das mir jemand dass das jemand das in sml xl und so weiter den gängigen größen errechnet hat und wenn du dann halt beim nächsten mal vielleicht noch dann dazu den hinweis gibt ihr könnt euch das aber anpassen indem ihr das so und so macht glaube ich dass das dass das besser ankommen würde bei den leuten also es ist so ein bisschen mein eindruck weil ja man ist so ein bisschen wie abgeschreckt und ich glaube so ein anfänger eigentlich ist es eine anfängertaugliche anleitung finde ich aber so ein anfänger ist dann vielleicht auch überfordert davor was muss ich denn jetzt hier was ich muss jetzt noch rechnen das macht es glaube ich schwierig weil man errechnet sich dann so ein faktor und auch anhand diesem faktor basiert dann auch immer die kontrolle ja weiß ich nicht also das muss ich echt sagen dass das ist so ein bisschen so mein kritikpunkt was ich sage ja ich wusste dass es steht drin das ist nichts was man wo man denkt ja okay überraschung auf einmal ist es so also es gibt keine festen größen ist ganz klar definiert auf der web von page wenn man sich die anleitung dort kauft aber ja man kann sich ja dann trotzdem nichts darunter vorstellen so richtig wie es sind keine größen definiert und jetzt weiß ich was das wirklich heißt und ja also ich schritte jetzt einfach nach astrits größe und werden das halt ein bisschen kürzer weiter länger machen das werde ich dann schon sehen je nachdem wie es dann hinkommt aber mein neues projekt ich zeige es noch einmal in die kamera rein also das finde ich ganz klasse und ja auch die haptik von dem garen wie gesagt also das gefällt mir sehr sehr gut und da bin ich freue ich mich drauf weiter zu naten gerade den lasepart das wird sicherlich mit das nächste sein was ich jetzt fertig mache bevor ich dann wahrscheinlich denn die jacke fertig mache gut ihr lieben das war es mit auf den nadeln reicht ja auch schon wieder schon wieder so viel zeit um mein gott ich bin schon wieder ich überziehe so lange ja ich bin schon sehr ausführlich aber macht nichts so ist das manchmal jetzt habe ich euch ja gesagt ich möchte euch gerne abschließend heute noch was vorstellen also ich habe nämlich keine wolle gekauft ich kann euch nicht zeigen ich habe ich habe mir keine wolle gekauft wäre ja auch also müssen wir sie nicht zaubern bei dem was ich in letzter zeit gekauft und da noch liegen habe wäre das auch unverhältnismäßig gewesen deswegen kann ich euch keine wolle zeigen was angekommen ist das hatte mir mein mann ja geschenkt zum geburtstag ist das chiago nadelset das mache ich euch noch einmal schnell auf vielleicht da könnt ihr mal reinschauen aber das liebe ich das ist echt ich liebe es mit diesen nadeln zu stricken hier fehlen auch einige gerade schon raus weil die alle in gebrauch sind ich habe mir das kleine bestellt weil in den großen größen stricke ich mittlerweile sehr selten und da reicht mir das von mit pro dann auch noch und habe mir zudem da sind die spin seile dabei und habe mir gleich noch von vornherein drei twist seile bestellt und das war eine gute entscheidung weil ich muss sagen doch ich stricke mit den twist der zeit lieber als mit den spin sein und dann sind noch in meinen warenkorb dazu gehüpft hat mein mann gesagt ja ja mach das mal habe ich mir von lücke ich habe sie noch nicht ausgepackt und zwar hier nadelspiele zwei stück einmal in 225 und einmal 25 die sind so schön aus und die sind in der mitte haben die die größe graviert da bin ich mal gespannt wenn man da lang fährt da ist keine unebenheit also sollte für die wolle kein problem sein und finde ich natürlich super wenn das sich jetzt besser hebt und nicht gleich abbreitet mal gucken bin ich gespannt werde ich berichten dass man das so hat da habe ich mir eben zwei von bestellt noch mit dazu ja gut so das war es an neue einkäufen aber jetzt zum eigentlichen was ich euch sagen wollte und zwar ist ein neues buch bei mir eingezogen das große quasi trio sockenbuch von sylvie rasch und da möchte ich dazu sagen dass es eine absolute kaufempfehlung von mir ist für socken strickerinnen auch für socken strickerinnen die schon mehr erfahrung haben als ich das jetzt habe ich stricke ja erst seit knapp vier fünf monaten socken oder einem halben jahr jetzt ja und das war's warum warum ist kann ich das auch erfahrenen socken strickerinnen empfehlen und zwar hat dieses buch nicht nur 16 socken anleitungen in verschiedenen schwierigkeitsgraden also von ganz einfachen hebe maschen muster über color wirken muster über leise muster also alles vertreten es man kann alle socken die dort drin sind entweder toe ab stricken das heißt von von der spitze ausgehend nach oben oder vom schaft nach unten top down also das ist super das buch ist eben deswegen für mich der absolute knaller weil die ersten 45 seiten sind eine übersicht über haltet euch fest alle fersen alle spitzen sowohl top down als auto ab und das hat mich hat mich begeistert mich absolut das begeistert mich wirklich wahnsinnig dieser grundkurs der da drin steckt ist es wirklich informativ und lehrreich ich möchte euch jetzt nicht zu viel langweilen und in dem buch blättern aber ihr könnt sehen also hier wenn man jetzt die toe abspitzen zum beispiel das möchte ich kurz mal zeigen da hat man die toe ab propellerspitze die toe ab bandspitze die toe ab stern spitze und die bummerang ferse als spitze also wirklich vier verschiedene spitzen man hat bei den top down spitzen die gängigen spitzen man hat bei den fersen alle fersen die es gibt sind drin die bummerang ferse ist drin die zunahme ferse ist drin die käppchen ferse ist drin die runde bummerang ferse ist drin die shadow web ferse ist ihr seht also das ist unglaublich es sind alle gängigen fersen drin es ist sehr ausführlich bebildert und erklärt es ist wirklich ein also so ein informatives buch wo man noch mal komprimiert das gesamte fachwissen sie ist ja nun mal auch eine socken queen das gesamte fachwissen zusammen hat es heißt ja crazy trio das heißt das ist noch mal auch ein exkurs drin zu den crazy trio sie erklärt noch mal so ein bisschen den vorteil was sie in ihren augen hat gegenüber dem nadelspiel ich hatte mir ja das crazy trio gekauft und bin nicht so damit zurecht gekommen diese kurzen nadeln ich fand das recht anstrengend an der hand ich werde glaube ich im rahmen des buches den nadeln noch mal eine chance geben und wenn nicht stricke ich das also man kann das ja auch alles mit den mit den ganz normalen nadelspiel oder auch wie mit die magic loop stricken das spielt ja überhaupt keine rolle und aber um einfach wie gesagt so eine übersicht zu haben über alle möglichen spitzen fersen sie hat sogar drin wann welche spitze für welche fußform geeignet ist oder wann welche ferse geeignet ist wenn man einen hohen spannen an niedrigen spannen einen hohen brist hat und so weiter es ist wirklich sehr ausführlich und der clou ist man hat am ende noch mal tabellen die gibt zeige ich euch jetzt nur so so sieht das dann aus sowohl für vierfädiges als auch für sechsfädiges sockengarn und dann hat man drin stehen wie viel maschen man anschlagen muss um quasi bei der sternchenspitze und das nicht nur in den in den großen größen sondern ab größe 22 bis größe 46 47 also für kindersocken genauso wie für große socken wie viel maschen muss man anschlagen damit man mit der größe hinkommt also wirklich ein tolles buch also ein ganz tolles buch wo man alles drüber hat und ja also wo ich sagen muss das ist glaube ich das sind glaube ich weil man da er nicht nur diesen grundkurs dieser socken drinnen hat sondern eben auch noch tatsächlich diese gesamten anleitungen und ja ich meine sind jetzt nicht so tschuldigung jetzt mich gegen 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 also sind schon schöne anleitung dabei schaut mal hier wer jetzt nicht meine wolle die ich dafür nutzen würde aber die für gefallen mir zum beispiel gut eben hier diese ganz einfachen wo dann eben auch die die wolle glaube ich ganz gut zur geltung kommt ich suche ich noch mal eine ganz schön etwas schwierige schwierige raus hier vorne ist glaube ich eine hier also wirklich von bis und ja dass das ist wirklich echt das ist schon schön also da da werde ich das werde ich sicherlich öfter mal wieder zur hand nehmen und auch um ich habe es jetzt wirklich bekommen habe wird mich so rein vertieft das war gar nicht der plan aber ich konnte es nicht aus der hand legen weil es so informativ war also es war wirklich toll also das ist eine klare empfehlung von mir so das war's für heute ja ja was gibt es denn sonst noch zu erzählen so lange mag ich das gar nicht mehr jetzt hier halten es reicht ja auch schon wieder ja heute muttertag wie gesagt unsere besten freundin aus der schweiz sie kommen mit ihren kindern zu besuch und wir branchen gleich ganz gemütlich zusammen da freue ich mich sehr darauf das ist immer sehr entspannt das ist wie familie für uns hier in der schweiz da wir ja keine hier haben also wir sind sehr eng miteinander die kinder sind sehr eng miteinander das ist echt toll ja die kommen jetzt gleich das ist so der muttertag ich bekomme gleich jede menge geschenke von meinen söhnen oder freue ich mich drauf die basteln hier so tolle sachen immer mit den kindern ich freue mich ja mittlerweile mehr auf dem muttertag als auf mein geburtstag weil ich einfach wirklich so tolle geschenke von denen kriegen kriege da freue ich mich ganz ganz doll drauf und ja und und dann das wird heute glaube ich ein ganz entspannter tag werden das ist einfach so gesagt ja schön ja und sonst haben wir nächste woche was ganz tolles vor und zwar nehmen wir die kinder donnerstag und freitag aus dem kindergarten und der schule kurzer exkurs für die deutschen weil ich weiß das weiß man nicht hier ist es so in der schweiz dass die kindergarten kinder schulpflichtig sind das heißt ab vier jahren haben die zwei jahre kindergarten das ist eher wie so eine art vorschule zu verstehen die lernen auch schon wirklich zählen den namen schreiben und so also es ist ein bisschen anders als in deutschland wo es ja reine spielzeit ist und das ist eher so eine vorbereitung auf die schule und die kinder sind verpflichtet dort hin zu gehen zwei jahre lang also das ist keine kann entscheidung von den eltern sondern eine muss entscheidung und in dem moment wo das kind zum kindergarten geht ist es ferienabhängig das gute ist man hat in der schweiz pro schuljahr pro kind zwei joker tage die man frei verfügbar legen kann hier im kanton zürich und die haben wir jetzt genommen denn das ist das tolle meine schwägerin die schwester meines mannes heiratet riesengroß mit 130 gästen in der kirche und meine söhne gehen als allererstes rein ich habe anzüge für die gekauft oh gott als sie die probe angezogen haben ich sage ich bin echt in tränen ausgemacht weil das so süß aussah so richtig mit fliege und weste und allem drum und dran die sehen so zucker aus die drei die gehen als erstes rein und dann komme ich mit dem kleinen an der hand ich bin nämlich brautjungfer dann kommen die restlichen brautjungfer dann kommt meine schwägerin rein marschiert also wir haben echt auf wie so einen kleinen auftritt ich bin gespannt ich hoffe die kinder ziehen mit wenn dann 130 augenpaare auf die gerichtet sind die aufregung und so ich hoffe die knicken dann nicht ein sondern machen das auch mit den spaß und ja da freuen wir uns unglaublich drauf es wird bestimmt eine tolle feier werden und ja das heißt wir fahren mittwochnacht nach nimburg und kommenden sonntag geredert wahrscheinlich wieder zurück weil montag geht es für alle wieder los also mein mann muss wieder arbeiten die kinder wieder zur schule und zum kindergarten ja also von daher ja deswegen wird die strickzeit recht gering ausfallen jetzt in der woche zumal ich leider nicht im auto stricken kann mir wird schlecht dass man so ein bisschen schade aber ja ich hoffe trotzdem ich kann euch dann in zwei wochen wieder was zeigen ich werde euch sicherlich von der hochzeit berichten wer mag und ja ihr lieben danke fürs zusehen ich hoffe wie immer ich habe euch nicht gelangweilt und ihr seid bis zum ende dran geblieben das ist ja schon auch eine geduld spiel jetzt mittlerweile so eine stunde ist ja schon fast gängig jetzt bei mir ja aber so ist das manchmal ich freue mich dass er wieder eingeschaltet hat wenn es euch gefallen hat freue ich mich ganz doll über einen kommentar ich freue mich wenn ihr mir einen daumen nach oben da lasst wenn ihr meinen kanal natürlich abonniert ja und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als ganz viel schöne strickzeit für euch an die mamis da draußen genießt euren mami tag den haben wir uns alle verdient und ja keep your needles burning ciao eure kirstin